Ok 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 Ich hab dir einen einen Beibot liegen lassen, ich tu mich schon. Ach geht das nicht mal auf die SKS? ja guck mal willst du eine motorradjacke ich habe schön ich habe mir aber du brauchst die motorradjacke die ist cool einer von uns wusste die müsstest du eigentlich haben vor allem können wir uns dann unterscheiden ist denn hier ist nicht kann man eine gasmaske eigentlich alter geil so blaue hosen und hier sind auch winterhunterpans winterhunterpans wer will denn im winter hier laufen ja die sind scheiße hier ist noch irgendeinen spraypaint gibt ja gar kein schmier hier ne ich hab schwarzen ich hab auch schwarz aber meine sieht immer noch hässlich aus weil meine meine ist badly damaged deswegen geht das auch meine meine sieht voll verkrüppelt aus die amma geil aus deswegen die sieht aus wie von dem typen aus auf jeden fall aber das problem ist ich habe keine zeit dafür und das iron side ist echt hässlich ja da muss man sehen ich finde das muster sieht mega geil aus von der armbrust warte soll ich sie rauswerfen ja aber bitte nicht schießen ich habe so wenig munition damit ich schieße damit ich will ab und gucken kann sie gar nicht rauswerfen irgendwie gott jetzt geht's ok geht das ding mal ganz glaube ich auch einfach in die hände nehmen oder ja deswegen wollte es machen da war ich alles auf der waffe habe das ist so krass man schade dass ich das messer für vorne nicht dran mehr hatte habe und zeit ja ich kann gucken was muss erstmal schießt also wie die waffe komplett ruhig ist mit dem ballpark kein iron side ist aber ohne auch schon relativ also meine wenn man liegt auf jeden fall ist es so krass auch leute ich bin so aufgeflogen ich bin einfach nur so allein in der pampa wo bist du ja wo bist du denn ich hole einfach die axt hier die ist damaged nur ja kannst du nehmen dann gib mir deine ja liegt auf dem boden und da hinten war noch eine sprühdose die müsste da liegen okay lass dann auch gleich mal weiter wartet mal nicht dass wir hier den ganzen tag verbringen ich glaube wir hängen hier schon wieder irgendwie was weiß ich wie viele minuten okay das bringt nicht viel die sieht genauso beschissen aus wie vorher ja gut aber egal wo seid ihr hin ich bin immer noch da wo es ist wir sind alle noch hier ja wohin gehen wir lassen wir zum airfield darüber valota okay echt zum großen ja ich habe nur meine armbrust ne ja scheiße wir sind das sonst noch drei leute okay wir haben zwei sks ist eine m4 ausgerüstet voll und haben beide doch einer von euch hat kein pu-scope ne doch also er meint er hat eins du hast du nicht drauf dass du nichts drauf sieht man es bei mir sieht man es hier sieht so gefährlich aus ne ja jetzt siehst du bist hinten drauf ja es ist bei dir damaged oder so hat gerade mein magazin wieder voll okay und dann lass los extreme ich gucke gerade wo die chance sein könnte wo ich bin wenn du auf die küste guckst musst du so oder so immer nach rechts laufen immer hatte die waffe ist echt so bös diese m4 so ultra ausgerüstet alter hilflicher ist so krass ein kleines maschinengewehr alter ja gell wie so ein mg okay einer gibt am besten die richtung an wer irgendeiner der sich auskennt ich kann mich nicht mehr ausweichen ja dann gehen wir hier rüber da kommt ja wir müssen einfach da runter ein bisschen hier runter kann eine das war dein kircher hier dann drückt respawn ja das ist ja weg weil ich die pfeile rausgenommen habe weil der kaschert zwei körper zwei plätze wegnimmt und die pfeile nur ein nimm mal mit und ich glaube man kann die auch ausdecken lass es nicht mit du bist auf einmal so leise geworden ja der menschste oder leise ich glaube das ist im teamspeak blöd eingestellt oder so mit neustart oder wie jetzt müssen wir wenn wir hier auf deutsch spielt wahrscheinlich müssen wir direkt links runter dann sieht man schon hat er fehlt okay sollen wir auf der straße bleiben wenn man sich noch daran orientieren kann mache ich auf jeden fall immer so weil ich meine es sind klicks wenn die uns alle sehen direkt und dann wissen auch die kommt zu viert wir müssen abknallen auch noch mal für dich wenn irgendwie die pfeile findest oder so laut schreien weil ich habe ich dann meine hose zusammen findet aber anscheinend immer nur die köcher geladen ich habe noch nie einzelne pfeile gefunden ich habe aber mal in dem video einzelne pfeile gesehen also scheint es auch zu geben was ist eigentlich mit dem bogen wir mussten uns ja bauen wir muss man sich bauen aber der kann noch nicht schießen glaube ich brauchst du irgendwie so einen ahornstab oder so der ist irgendwie was länger und dann brauchst du ja genau und dann brauchst du halt hier diese seile und ein seil und dann noch keine ahnung wo kriegst du einen ahornstäbe her gute frage die passen aber glaube ich nicht im inventar oder durch ich weiß es gar nicht jetzt nämlich links unten müsste das erfährt sein naja müsste eigentlich ist es auch ja da ist es genau bei dem es deswegen würde ich sagen gehockt laufen oder wie läuft er immer ja in den tanden auf jeden fall dann geht ich bleib mal hier drin ich versuche weit darüber zu kommen weil da kann ich bis vorhin durch die büsche da laufen geht der waldrechner dran ok sie oben auf dem polizei den keinen auf diesem ja genau ok bei mir ist das fernglas gerade etwas verpackt es sieht ja du musst aufstehen und ja im hocken kannst du nicht es sieht sehr leer aus ja die meinte ich bloß nicht anlocken ja hier ich bin ja weiter ich habe hier ich bin halt nach rechts gelaufen da kann ich durch den wald komplett bis vorne hin laufen da unten ist jemand oder bist du schon da unten dran da ist jemand unten ganz nah dran ganz nah dran der kommt jetzt zu dem erding das ist keiner von uns soll ich weg holen soll ich ihn weg holen warte warte ich muss gerade nachladen ich bin schon bald unten ich muss gerade ich habe einen zombie hinter mir nicht mit der schusswaffe ja ja versuch einfach mal meine armbrust dann ich bin jetzt so gut wie unten schon wo sind man ich hätte den kurz vorher weg holen können auf die fenster gucken und der rest runter gehen einer mit einer sks auf die fenster gucken ich sehe einen da vorne laufen gerade mit einem backpacken das bin ich wahrscheinlich schön aber ich sehe keinen zombie ist der zombie noch hinter mir ok gut ok gut ich sehe keinen also ich höre ihn noch dort da ist er noch oh fuck ich habe den bis hier vorne hin noch hä ich habe gar keinen zombie kann es sein dass es ein hase ist naja der ist weiter hinten hinter mir der typ ist nicht ich bin an dem gebäude ich sehe ihn nicht wir sehen unten unten ich sehe dich niki du läufst unten dran vorbei ich bin das genau wo ist er oben ich sehe ihn nicht ich hab äh ich geh jetzt rein ja ja da kommt zombie ist tot ich brauche ich brauche kommt alle schnell runter ich habe beine gebrochen zombie kommt zombie kommt alter ich hab gar so einen scheiß bug gehabt ne ich sehe es ich kriege ihn nicht komm bitte runter ich habe echt probleme hier ich bin gleich da ich hab noch morphen ich kann dir ich kann dir ich kann dir wer schießt wer schießt wir schießen mehr nicht mehr schießen ja ich habe selber ich brauche nur ein bisschen schutz ok ich komme auch noch ich bin es mir gerade mal injecten ich überprüfe den hast du noch irgendjemanden gesehen niki der rumläuft oder so da war das mies ich hatte einen bug das ich hab gezielt ne und ich hatte irgendwelche ja ich hab so viel in die reingeholt weil ich nichts gesehen hab ja die fnx ist auch ruiniert ich hatte einen scheiß bug äh was jaja ich hatte Artefakte von meinen Visieren ich hab nichts gesehen da oben auch noch und hier ist ein Köscher mit von Pfeilen echt nehm den grad mit ok ich bin jetzt auch vor dem haus ich komm rein ich komm rein ich komm rein oh der hat ne geile Axt die hab ich mir geholt du weißt dass der down ist kannst du den irgendwie hochfahren äh fuck ich hab den ja total zerballert ey äh hier ist ein Beinocchio hier liegt ne Amphibier ja wo ist die Mitte ich hab mich aber auch ein paar mal getroffen noch die schulden das war halt ne ich sag so ich geh rein und in dem Moment der hat den ganz kleinen der hat den ganz kleinen Backpack wer ist denn hier oben seid ihr da hallo ein Hunting Backpack kannst dich entscheiden willst du meinen großen grünen oder willst du lieber den Hunting 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 ist besser getarnt aber hat 5 Slots weniger hier komm ich leg dir mal deine Pfeile auf den Boden hallo an den mit den wenigen Dingens da ist der Köscher wieder ja was für was für Muni kommt denn da rein also in die in die Pistole ich hab keine Ahnung ja da kommen die äh ich hab die nämlich auch die äh Punkt 22 Rounds rein und brauchst aber dann um wenn du nämlich nur äh brauchst du dann Magazine mit 10 Schuss jeweils was passt da rein 10 Schuss Magazine ach komm die Scheiße können aber halten ey fuck der Schwuchtel hat meine scheiß äh Pants äh ok wer will jetzt den Rucksack da draußen fuck wer will ich nicht mehr reparieren der mit dem ganz kleinen Backpack ne ja der mit dem kleinen ja hol dir mal den großen grünen oder willst du lieber den Hunting Backpack Hunting ja dann geh hoch ach 0 ach da ich hab den gar nicht gesehen sorry ja die Amphibia frisst 0,22er ok ja hab ich doch gesagt grad Punkt 22 oh man ey bei mir ist auch viel frackt fuck ja ich sehs grad wow ist grad gefährlich was ich hier macht ja ja wir suchen dir auf jeden Fall ein neues Zeug im Gefängnis gibt's neues also da findest du auf jeden Fall was zum anziehen ja was jetzt mit dem Typen ist noch irgendwas lootenswertes dabei heiden ich glaub du hast alles zerlegt ne ja der hat alles zerlegt deswegen heiden ja ich hab halt nix gesehen das ist so ne scheiße gewesen ey das hab ich grad sein medkit genommen warte kurz ich guck mal ganz kurz rein ob da noch was heiden ist hier dann irgendwelche Attefakte vor dem scheiß visier gehört ne ist auch alles kaputt kann ich auch wegwerfen ok also heiden ja ja äh ein Dosenöffner der Ruined ist geht der noch nein wir essen was Ruined passt ok die Shotgun nimmt die jemand mit ne ne brauch keiner leg grad äh Kram weg der Ruined ist ok warte soll ich vorgehen vor im Gefängnis steht ein Zombie Türen sind aber nicht auf soll ich denn er fressen den Zombie ich hab Glück ne nein erschieß nicht ach doch du hast feine stimmt ja ich meine mit der Armbrust deswegen legt keiner mit soll ich ja versuch mal ey und dadurch nur relativ unwichtiges drin ja hab ich echt Glück die Fahrt zieht ohne Scope auf jeden Fall also auf jeden Fall man kann halt nicht zoomen ohne äh ich will da ungern jetzt drauf ballern ne soll ich nochmal schießen soll ich oder ja schieß du nochmal du bist nehm Schleißer ja alter ich hol ich hol ihn weg oder das ist vor dem eingeschlagen vor dem ja warte ich schieß naja zu spät ist jetzt egal in den Hangars das war jetzt nicht optimal aber alter die Armbrust ist scheiße am TBS ja du hast voll auf den geschossen und ist nichts passiert ja ich hab genau auf ihn geschossen ich hab auf seinen Kopf gezielt und es ist vor ihm aufgekommen wir sind auf jeden Fall jetzt ein großes Ziel Leute ne Zombie äh Zombie Eingang Zombie kommt zu uns der kommt zu uns ah Militärzermis brauchte zwei ich hab Militärboots ich hab äh ich hab äh hier äh ich geh ums Dings einmal drumrum ne ja und guck in die Fenster rein es ist zu schwer zu bedienen es ist zu schwer zu bedienen wir gehen mal zum Eingang oder ja ich na ich bin schon an dem Ding also ich hab äh alle Fenster gecheckt ist keiner also an den Fenstern war keiner am besten vor ja ich geh ungern vor mach du ich sterbe ist das nicht so schlimm äh warte nicht der gleiche die Türen öffnen der auch reinguckt als erstes äh ich kann grad meine Waffe wieder nicht ziehen geil Tür direkt wieder zu hinter uns ok hier ist nix drin wir müssen essen ok das brauchen wir aber nicht hier ist M ist clear wart ihr unten schon? ne unten war doch noch gar nicht doch doch ich bin grad unten ist clear achso sichel M4 Magazine leider nur ein Zehner ähm UK Assault wer ist believe lass mich mal raus hier oben ist gar nix hier oben ist leer leer komplett na außer was zu essen ne mx und zombie oooh ne mx aber ein 20er nicht schießen ok schon aber der ist grad irgendwie wieder weg warte wo ist die mx da ich hör ihn wieder ja ich hör auch was ist das denn für eine dr75 dr75 hatte da nicht jemand magazine für äh 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 ja hast du das noch? äh nein schade was sieht hier noch? äh munition für mich ja ein großer roter rucksack will keiner ne ist alles schon viel zu gut aus soll irgendjemand so ne blaue mitzuholen ich find die nice da kann man uns mehr unterscheiden ich hab schon ne äh schusssiehren helm den will ich nicht so gerne abholen ja das stimmt ich guck mal wie der aussieht ah merci er sieht schon ganz nice aus aber ist ein bisschen also ich benutze die Armbrust jetzt im Nahkampf ne gegen Zombies ey ich behalte den also weiß ich nicht dass ich die Pfeile aufheben müsste da ist irgendein Zombie unten am rumgammeln der geht einem mega auf den Sack ey alter warum steckt er die direkt wieder weg? ja das ist mega behindert so verpackt dann so die scheiße das Problem ist dass es das Elementar ziemlich langsam ist in Daisy deswegen du äh immer mehrmals drückst ok lass uns gleich rüber rennen zu den Baracken ok? genau ok los dann ich renne Moment ich bin am nachladen und so ah ok warte macht das noch grad aber ist eh besser ist egal einer muss eh Feuerschutz geben oder zwei ok ich geh rechts rum ok ich guck die äh vorderen an ich guck die mittlere von denen ein Zombie na gut dann nehm ich die nehm die an der rechten Seite grad wo seid ihr hin jetzt? äh irgendwas liegt in der Militärzeit drinnen ja ist ein Buch in Holiburg wo seid ihr hin? äh grad in den rüber zu den Baracken gelaufen ja ich lauf zur ganz rechten ich will ungern eigentlich hier aufmachen weil ich hab keine Nahkampfwaffe ich hab keine Nahkampfwaffe ist hier irgendwer drinnen? äh da bin ich grad achso eine uk west kaki wenn jemand braucht ganz hinten ähm wer ist auch an den Baracken? ne mack ne mütze ich hab immer die schlechte Erfahrung gemacht dass in der letzten Baracke hinten einer drinnen sitzt äh hier ist noch ein Militär her ja Hunting Backpack oh geil hol mir den mit Hunting Backpack nehm ich gerne ja er liegt hier bei mir in der zweiten Baracke äh das Problem ist ich weiß nicht wer wo ist ähm wenn du gerade drauf zu läufst sind das die Linken ich steh jetzt vor der Tür auch nicht alle durcheinander rinden ich weiß nicht viel Problem hier drin achso ne ich bin das mit wo du hier drin ist also ich steh jetzt vor der Tür kommst du einmal raus dann siehst du mich äh warte ja ist das Bad? alles gut okay ah hier hi hier zweite Tür hat jemand ne Waffe oder sowas gefunden? zweite Tür ja ich brauchte Hosen nochmal neue hier sind Hosen äh Winter äh Winter ne Summer Hunter Pants oh das ist gut wo? äh hier auch in der zweiten Baracke aber scheiß drauf ich glaub da bin ich auch gerade und hier ist ein MPF äh M4 Carry Hand Dingens äh Ironside ist das brauche ich nicht und schöne Handschuhe aber nice Hosen das ist gut ja geil alter die hole ich mir mit was? was hast du gefunden? und hier oben ist ein Fliegerhelm also Pilotenhelm ja der ist aber nicht so nice der Pilotenhelm der ist viel zu gut sicher finde ich leider klar so ich